Heute dreht sich in den Peer-to-Peer-Kredite-News alles um das Mintos-Crowdfunding und die Frage, für wen der Einstieg hier interessant sein könnte. Und danach geht es noch, wie gewohnt, um einige weitere News aus der Branche. Aber starten wir erstmal mit Mintos. Ja, in der letzten Woche hat Mintos seine Ambitionen für eine zweite Crowdfunding-Runde veröffentlicht. Damit haben Investoren nun die Möglichkeit, Eigentümer der Plattform zu werden. Dafür muss man sich auf der Crowdfunding-Plattform Crowdcube für den Vorabzugang registrieren. Wer gerne in sowas investiert, für den ist das sicher eine gute Möglichkeit, denn Mintos ist auf einem Expansionskurs wie nie zuvor und wird zur Multi-Asset-Plattform, beziehungsweise ist sie das schon. Und schon in einigen Tagen soll neben Krediten, Bonds und ETFs bereits das nächste Produkt erscheinen. Auch wenn ich Mintos als Investitionsplattform schätze, werde ich persönlich das Crowdfunding nicht mitmachen, beziehungsweise allerhöchstens mit einem symbolischen Betrag, um die Informationen daraus mitzubekommen oder vielleicht Merchandise abzustauben. Der Grund dafür liegt aber nicht nur in Mintos begründet, sondern in der für das Crowdfunding ausgesuchten Plattform Crowdcube und meiner persönlichen Einstellung. Zum einen ist man bei Crowdfunding-Projekten auf Crowdcube aktuell für immer in Anführungsstrichen daran gebunden. Ohne Zweitmarkt gibt es weder eine Wertbestimmung eurer Aktien noch eine vorzeitige Ausstiegsmöglichkeit. Zum anderen bin ich ja schon als Investor auf Mintos tätig und habe vor, das auch weiter zu sein und vielleicht sogar noch zu erweitern. Ein größeres Investment darüber hinaus in Mintos erhöht nur das Plattformrisiko, bietet mir persönlich aber keinerlei Vorteile als einkommensorientierter Investor. Mich würde aber mal deine Meinung dazu interessieren. Schreib sie gerne in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder dem Blog-Artikel. Dann gibt es noch das Ergebnis des Votings für das P2P-Kredite-Community-Portfolio zu verkünden, das nun in die zweite Runde geht und ihr durftet wieder eine Plattform wählen, auf der ich in den nächsten drei Monaten dreimal 250 Euro investiere. Es war diesmal deutlich knapper als beim ersten Voting, wo die Crowdfunding-Plattform MacLear mehr als deutlich gewonnen hatte. Nach Entfernung der doppelten und ungültigen Stimmabgaben ist der Sieger diesmal der ungarische P2P-Marktplatz Launch vor Quanloop und Nibble Finance. Mein Favorit wäre ja Loanvest gewesen, aber naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es auf Launch läuft. Überzeugend tut mich die Plattform bisher von außen nicht wirklich. Auch von der bisherigen Kommunikation Investoren gegenüber ist das nochmal eine ganze Stufe tiefer als MacLear. Schauen wir mal, ob sich das mit der Aufmerksamkeit ändert oder ob man die Chance verstreichen lässt. Dann gab es vor Ostern noch auf Debitum was Neues und zwar die Debitum Notes. Aber was genau steckt eigentlich dahinter? Die sind keine klassischen Kredite, sondern kurzfristige Anleihen mit Laufzeiten bis zu einem Jahr und einer aktuellen Rendite von 13,5%. Diese werden an Kunden des Plattform-internen Kreditgebers Sandbox Funding herausgegeben. Für die Investoren fühlen sich diese neuen Notes aber kaum anders an als die normalen Asset-Backed Securities. Intern gibt es aber durchaus Unterschiede. So werden zum Beispiel nicht nur Kreditgeber damit finanziert, sondern prinzipiell ist es Debitum damit möglich, jegliches Geschäft zu unterstützen und zu finanzieren, sofern es zu ihren Finanzierungsvorgaben passt. Ebenso steht dahinter kein Pool von Krediten, sondern ein einziger Emittent. Wie bei den Asset-Backed Securities jedoch kann man nicht sehen, an wen Kredite bzw. Anleihen vergeben werden. Das finde ich ziemlich schade. Aber egal, ich habe trotzdem mal ein paar Münzen in die Maschine geworfen und schaue, was dabei herauskommt. Die News Nummer 4. Lendermarket oder von immer mehr Investoren auch liebevoll Pendermarket genannt, hatte im März endgültig die neue Version der Plattform angekündigt, die sich schon lange in Arbeit befindet. Nun gab es noch einmal weitere Informationen dazu. Es handelt sich nicht um ein simples Update, sondern um eine komplett neue Plattform. Und eure Accounts inklusive Auto-Invest-Einstellungen und verfügbare Gelder, sehr witzig, werden dorthin umgezogen. Die alten Investitionen auf Lendermarket 1.0 werden auslaufen und neue Investments können dann nur noch auf Lendermarket 2.0 getätigt werden. Beide Plattformen werden also eine Zeit lang parallel laufen. Was die neuen Features sein sollen und was die neue Plattform kann, ist weiterhin nicht bekannt. Ich denke aber, wie bei den meisten größeren IT-Projekten auf P2P-Plattformen, sollten wir schon mal in Deckung vor den ganzen Bugs gehen, die uns bald um die Ohren fliegen. Die Umstellung, die soll bereits im April starten. Damit kommen wir zu unserer fünften News. Eines der aktuell spannendsten Projekte in meinem P2P-Portfolio ist die britische Prozessfinanzierungsplattform Axia Funder, die in meinem nächsten Quartalsbericht erstmals auftauchen wird. Meine ersten Prozesse habe ich hier Ende 2022 finanziert und der erste Prozesspool, der nährt sich langsam aber sicher seiner Fertigstellung. Die vierte von insgesamt zehn Tranchen wurde in der letzten Woche eingebucht und die zurückgezahlten Fälle weisen eine Netto-Wertsteigerung von 30 bis 40 Prozent auf. Interessant ist hierbei, dass je länger die Fälle laufen, desto höher werden die Auszahlungen, was man auch sehr gut in der Historie sehen kann, denn meistens werden immer die gleichen 10 Prozent zurückgezahlt. Jedoch gibt es immer mehr Geld aufs Konto. Axia Funder ist für mich vor allem deswegen interessant, weil sie nicht in Euro geführt werden, es eine nicht mit dem Markt korrelierende Kreditklasse ist und die Renditeerwartungen weiter außerordentlich hoch sind. Laut Plattformstatistik liegt diese immer noch bei rund 40 Prozent. Klar ist aber auch, man braucht einen sehr langen Atem und es gibt keine festgelegte Laufzeit der Fälle, sondern lediglich grobe Richtlinien. Wer auf sein dort investiertes Geld angewiesen ist, der sollte die Plattform weiterhin links liegen lassen. Für mich bleibt es aber spannend mit der britischen Plattform. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.